Schwarz-Weiß Kapitel 24 Ankunft in der Winkelgasse Harry hatte gerade seine Abenteilette beendet und saß nun in seinem alten Schlafanzug auf dem Bett. Fawkes und Hedwig hatten sich zu einem Ausflug aufgemacht, um zu jagen und sich die Flügel zu vertreten. Oder sollte er besser sagen, verfliegen? Egal, auf jeden Fall hatten die beiden sicher ihren Spaß. Das freute den Katzenjungen. Immerhin sorgten sie sich ständig um ihn, da sollten sie auch einmal Zeit für sich haben. Harry richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf das Kästchen vor sich. Es war die innen vergrößerte Schachtel mit seinen Heiltränken. Aber er hatte sie auch mit anderen Dingen gefüllt, die für ihn wichtig waren. Vor allem in den Sommerferien hatte ihn der Inhalt schon einige Male das Leben gerettet. Der Grünäugige war sich zwar sicher, dass seine Verwandten ihn nicht hatte umbringen wollen, dafür hatten sie einfach zu viel Angst vor den Zauberern. Allerdings hatte sowohl sein Onkel als auch Dudley ein sehr schlechtes Körperbewusstsein, und so hatten die beiden Harry schon öfter an den Rand des Todes gequält. Behutsam nahm der Junge nun einige der Fiolen heraus und legte sich vorsichtig auf die Bettdecke. Danach griff er nach einem kleinen Buch, das er aufschlug. Was machst du da? Wie vom wilden Niffler gebissen, schrak Harry aus seinen Gedanken auf. Die Ohren legten sich eng an den Kopf, und die Haare auf Kopf und Schweif ströppten sich. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken, aber du warst so vertieft in deine Betrachtung. Severus setzte sich neben seinen Partner auf das gemeinsame Bett und strich ihm vorsichtig die Haare glatt. Der Kleine sah im Moment aus wie ein Seeigel auf dem Kriegspfad, und der Schweif hatte etwas von einem Pfeifenreiniger. Es sah ziemlich witzig aus, aber der Tränkemeister vermied es wohlweislich, seinen Ehemann das zu sagen. Immerhin wollte er morgen wieder aufwachen. Nachdem Harry sich von seinem Schrecken erholt hatte, zeigte er auf die aufgereihten Gegenstände. Ich habe nur nachgedacht, welche Tränke ich aufstocken muss. In diesen Sommerferien habe ich mehr verbraucht als sonst. Alarmiert blickte Severus auf die vielen leeren Fläschchen. Wenn er nur daran dachte, was diese Mogel mit seinem Kitten gemacht hatten, bekam er Mordfantasien. Was war in den ganzen Fiolen? Es war eine Mischung aus all den Tränken, die mir Poppy am Anfang ihrer Behandlung gegeben hat. Schau nicht so entsetzt, die waren nicht alle für mich. Auf Severus fragenden Blick hin fuhr er mit seiner Erklärung fort. Dudley hat seit diesem Jahr ein neues Hobby. Er quält Tiere. Je hilfloser, desto besser. Zum Glück tötet er sie nicht und verliert auch schnell das Interesse, wenn sich einer der armen Kreaturen nicht mehr zu wehren versucht. Ich habe sie immer aufgesammelt und wieder gesund gepflegt. Wenn es Katzen waren, habe ich sie zur Nachbarin gebracht, sobald es ihnen besser ging. Die anderen habe ich irgendwo weg vom Haus freigelassen. Alle Tiere, die überlebt haben, waren klug genug, sich nicht mehr auch nur annähernd in Richtung Dudley zu bewegen. Leider habe ich nicht alle retten können. Ich habe sie hinter dem Spielplatz begraben. Harry versuchte, nicht an die Bilder der zerschundenen kleinen Körper zu denken und schaffte es doch nicht. Haltlos fing er an zu weinen. Severus nahm den aufgelösten Jungen in seine Arme. Es überraschte ihn gar nicht, dass Harry das Wohl eines anderen Lebewesen über sein eigenes stellte. Sein Kleiner würde sich immer erst um andere kümmern, bevor er an sich selbst dachte. Warum hat sich mein Cousin nicht einfach damit begnügen können, weiter auf mich herum zu trampeln? Keines dieser Tiere hat ihm etwas getan. Ich verstehe es einfach nicht, wie jemand an so etwas Spaß haben kann. Severus konnte kaum glauben, was er da hörte. Harry wäre es lieber gewesen, sein Cousin hätte ihn weiter gequält. Andererseits hatte der Tränkemeister ja gerade eben festgestellt, wie typisch dieses Verhalten für seinen Gefährten war. So hielt er seinen Kater einfach weiter, bis dieser sich wieder beruhigt hatte. Als Harry sich nach einiger Zeit von der Umarmung seines Partners trennte, fiel dessen Blick auf das kleine Buch. Neugierig betrachtete er es. So ein Exemplar hatte er noch nie gesehen. Es war auf jeden Fall kein Schulbuch. Was ist das? Harry, der Severus Blick gefolgt war, schmunzelte. In dem Buch habe ich alle Tränke und Zauber aufgeschrieben, die ich weiterentwickelt oder umgeschrieben habe. Als Harry den verblüfften Gesichtsausdruck des Lyrers sah, wurde er rot und reichte das kleine Büchlein weiter. Severus schlug die erste Seite auf und fand auch prompt das Rezept eines Schmerztrankes, allerdings mit einer veränderten Zusammensetzung, als es in den herkömmlichen Zaubertränkbüchern zu finden war. Wenn der Ex-Spion nicht schon vorher von Harrys Talent überzeugt gewesen wäre, jetzt wäre er es auf jeden Fall. Nicht nur zeigte die Zusammensetzung der Zutaten von Verständnis für dieses Fach, sondern auch von großem Einfallsreichtum. Wie nur war der Junge auf die Idee gekommen, die Spinnseide vor dem Hineinmischen zu gefrieren? Kurz darauf erhielt er aber auch schon die Antwort, sie stand als Randbemerkung daneben. Da das Eiweiß in der Seide von der Hitze im Kessel zu schnell zersetzt wird und sich nur so teilweise entfalten kann, ist es ratsam, diese vorher zu gefrieren. Durch das langsame Auftauen im Kessel vermischt sich das Eiweiß mit den Flabberwürmern und kann so die beste Wirkung erzielen. Das war unglaublich. Warum zum Henker wäre er selbst nicht schon darauf gekommen? Immerhin war er einer der besten zehn Tränkemeister weltweit. Das ist großartig. Du solltest dir überlegen, in die Forschung zu gehen. Ach ja, und wehe, ich sehe noch einmal eine absichtlich schlechte Leistung von dir, egal in welchem Fach. Das hast du einfach nicht nötig und es wäre eine Verschwendung. Bitte versprich es mir. Harry war über das Lob rot geworden. Mist, warum hatte er dagegen noch keinen Zauber gefunden? Das war ja fürchterlich. Er nickte seinem Mann zu. Dieser, mit der Antwort zufrieden, blätterte noch ein wenig in dem Buch und kam dann auf eine Seite mit Listen. Bei näherem Hinsehen erkannte er, dass es sich um die Namen von Tränken handelte. Daneben war bei den meisten ein Datum angeführt. Fragend blickte er auf den Katzenjungen. Da habe ich nur vermerkt, wie lange ich welche Tränke nehmen kann, bevor ich dagegen immun werde. Ich setze sie dann immer schon einen Monat vorher ab, damit ich sie später wieder verwenden kann. Oh, wie ich sehe, muss ich bald einen neuen Aufbautrank brauen und Poppys Schmerztrank wird auch nicht mehr lange Wirkung zeigen. Harry nahm seinen Zauberstab vom Nachttisch und tippte damit besagte Tränke an. Diese leuchteten kurz auf und schon waren sie mit einem Countdown versehen. Noch bevor Severus fragen konnte, antwortete der Junge, das ist ein Alarmzauber, er wird mich daran erinnern, eine neue Zusammensetzung herzustellen. Großartig! Was sollte er auch anderes über so viel Voraussicht sagen? Insgeheim hoffte er natürlich, dass er mit Harry gemeinsam brauen konnte. Dieser hatte in der Zwischenzeit das kleine Kästchen mit Inhalt weggeräumt und kam nun wieder ins Bett. Dabei hielt er seine Lichtkugel in den Händen und blickte unschlüssig von ihr zu Severus und wieder zurück. Severus war völlig klar, worüber sein kleiner Nacht dachte. Du kannst deine Lichtkugel ruhig einschalten. Ich kann immer schlafen. Wenn es sein muss, sogar mit dem Kopf nach unten. Als die Lichtkugel an ihrem Platz war, wünschten sich die beiden noch eine gute Nacht und legten sich hin. Es dauerte allerdings nicht lange, da wurde Severus von lautem Schreien aufgeweckt. Sofort war er hellwach und sah, wie sich sein Partner von einer auf die andere Seite wälzte und dabei immer wieder jammernd anflehte, ihn in Ruhe zu lassen. Ohne weiter darüber nachzudenken, nahm der Tränkemeister Harry in die Arme und zog ihn an seine Brust. Das hatte die gleiche Wirkung wie auch schon die Male zuvor. Nachdem Harry in die Luft geschnuppert hatte, kuschelte er sich sofort enger an seinen Mann und wurde ruhiger. Kurz darauf fing er an zu schnurren und ein pelziger Schweif legte sich um Severus' Seite. Kurz beobachtete der Slytherin den schlafenden Katzenjungen noch, er selbst die Augen schloss. Am nächsten Morgen wurde Severus durch ein starkes Vibrieren auf seiner Brust geweckt. Als er sich nach der Quelle umsah, erblickte er einen zufrieden schlafenden Katzenjungen. Lächelnd strich der Tränkemeister seinen Partner durch das störrische Haar und verfing sich fast darin. Harry wurde durch diese Berührung ebenfalls wach. Verschlafen hob er seinen Blick und war sofort hellwach. Hatte er etwa die ganze Nacht so geschlafen? Er wollte sich schon bei Severus entschuldigen, als er dessen amüsierten Gesichtsausdruck bemerkte. Anscheinend machte es seinem Mann nichts aus, als Kissen und Wärmequelle missbraucht zu werden. Guten Morgen, Kuschelkater. Bereit aufzustehen? Oder willst du noch ein bisschen länger liegen bleiben? Harry war sich sicher, nun wieder einer Tomate Konkurrenz machen zu können. Aber wie sollte er auch anders reagieren, wenn sein Gegenüber ihn mit solchen Kosenamen bedachte? Verlegen, gräusperte er sich. Guten Morgen, wir können gerne aufstehen, ich habe auch schon ein wenig Hunger. So schelten sich beide aus dem warmen Bett und gingen nacheinander ins Bad. Bevor Harry sich allerdings anziehen konnte, behandelte Severus noch seine Narben. Harry kam, wie am Vortag, schimpfend in das Esszimmer. Severus sah auch gleich, wo diesmal das Problem lag. Du brauchst wirklich dringend neue Kleidung, das kann man sich ja nicht mit ansehen. Hätte ich nicht noch ein wenig mehr wachsen können, dann würde ich zumindest nicht ständig über diese blöden Hosen stolpern. Und das Peinlichste an dem Ganzen ist, dass diese Sachen Dudley bereits mit elf Jahren zu klein waren. Das ist höchstens für deinen Cousin peinlich, nicht für dich. Aber warum zauberst du nicht zumindest die Hosenbeine kürzer? Habe ich schon. Ich glaube, eine weitere magische Behandlung würde ihnen den Rest geben, genau wie meine Brille übrigens. Damit setzte sich der Grünäugige an seinen Platz und begrüßte seine gefiederten Freunde. Die beiden Tiere hatten augenscheinlich eine gute Jagd gehabt, denn weder stibitzten sie sich etwas vom Tisch, noch waren sie besonders munter. Harry freute sich darüber und nahm sich selbst etwas von dem reichhaltigen Frühstück. Severus beobachtete sein Kleinen und stellte erfreut fest, dass die Narben in dessen Gesicht fast nicht mehr zu sehen waren. Noch zwei Behandlungen und sie wären ganz weg. Dann ging sein Blick etwas tiefer und blieb an einer Kette hängen, die sein Partner um den Hals trug. Es war eine Kordel, an deren Ende ein Stück Holz hing, das sich in einer Spirale nach unten schlängelte und dabei immer schmaler wurde. Was trägst du denn da um den Hals? Oh, das, das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten von Luna bekommen. Sie sagte, es würde Hupftupfel abwehren. Was bitte sind Hupftupfel? Lass mich überlegen. Wenn ich mich recht erinnere, sind das kleine, freche Wesen, die Tieren mit Tupfen oder Flecken, genau diese Klauen. Sie stecken sie in einen kleinen Sack, den sie immer dabei haben, dann befallen sie irgendein anderes Wesen und schmücken das mit dem Diebesgut. Also mit anderen Worten, sie klauen zum Beispiel an dem Geparden die Flecken und streuen sie auf einen Menschen und genau dagegen soll der Spiralstab helfen. Severus verdrehte bei dieser Beschreibung die Augen. Diese Ravenclaw hat aber auch eine Fantasie. Du brauchst gar nicht so zu schauen. Ich bin mir sicher, dass du in Zukunft auch solche Geschenke von ihr bekommst. Und außerdem macht sie sie alle selbst. Deshalb sind sie für mich so wertvoll. Severus nickte nur. Das konnte ja noch lustig werden. Und sein Ruf wäre damit auch dahin. Naja, was soll's. Nach dem Essen machten sich die beiden auf zum Direktorzimmer. Von da aus wollten sie mit den Weasleys, Hermine, den Lovegoods und Sirius in Hundeform in die Winkelgasse reisen. Als sie oben ankamen, sahen sie bereits Luna, die bei dem sprechenden Hut stand, wo dieser sich ausgelassen mit Zwirbel unterhielt. Allerdings in einer Sprache, die keiner der Anwesenden verstand. Nachdem sich alle einen guten Morgen gewünscht hatten und Harry Luna umarmt hatte, machten sie sich für die Reise durch den Kamin bereit. Als Harry und Severus schon das grüne Pulver in der Hand hatte, wurden sie von Dumbledore aufgehalten. Harry, ich weiß, dass du heute noch eingekleidet werden sollst. Möchtest du, dass ich dich bei der Auswahl berate? Entsetzte blickten ihn die beiden Snapes an. Das konnte nicht sein Ernst sein. Allein bei der Vorstellung, in Zukunft wie eine Katze mit Chamäleon-Gen herumzulaufen, wurde Harry ganz anders. Vielen Dank für das Angebot, Professor, aber nehmen Sie es mir nicht übel. Sie haben den modischen Weitblick einer Blindschleiche. Severus musste sein Lachen schnell als Hustenanfall tarn, vor allem als er sah, wie der Direktor kritisch an sich heruntersah. Warum? Also, ich finde, mir stehen meine Sachen ausgezeichnet. Ja, das schon, aber auch eine Kröte kleiden ihre Warzen hervorragend. Bei jedem anderen hingegen sehen sie fürchterlich aus. Damit drehte sich der Junge um und stieg in den Kamin, allerdings hielt er sich dabei an seinen Ehemann fest, denn er hatte keine Lust, wieder irgendwo zu landen. Als sie beim tropfenden Kessel herauskamen, drehte sich Severus zu Harry. Du hast Dumbledore jetzt nicht wirklich als Kröte bezeichnet. Harry räusperte sich etwas verlegen, als ihm klar wurde, was er da gerade eben angedeutet hatte. Ähm, nein? Der Schwarzäugige brach daraufhin den Lachen aus, sehr zur Überraschung der Mitreisenden. Als die kleine Gruppe in der Winkelgasse war, beratschlagten sie erst einmal, was sie zu tun hatten. Ich werde als erstes zu Gringotts gehen, um Bargeld aufzustocken, meinte Severus. Harry nickte auch, er wollte noch kurz in die Bank. Die Lovegoods beschlossen mitzugehen, erstens um ebenfalls Geld zu holen und zweitens wollte Mr. Lovegood sich um die Aufzeichnung seiner Frau kümmern. Sirius stellte sich neben Harry und gab ein leises Bellen von sich. Die übrigen beschlossen, mit den Einkaufen für die Schule zu beginnen. Sie vereinbarten einen Treffpunkt in einem Buchladen und trennten sich. Es dauerte nicht lange und die Passanten wurden auf Harry und seine Begleiter aufmerksam. Sofort bildete sich eine Traube um die vier Personen und im nächsten Moment hörte der Katzenjunge nur noch lautes Stimmengewirr. Fragen, schrilles Kreischen und wilde Liebesbekundungen prasselten auf den Gryffindor ein. Der wusste sich nicht anders zu helfen, als wild fauchend hinter Severus' Schutz zu suchen. Dabei wickelte sich sein Schweif um die Mitte seines Partners und er fuhr verängstigt die Krallen aus, während er sich an der Robe seiner persönlichen Fledermaus festklammerte. Sirius stellte sich vor seinem Patenkind und knurrte die Umstehenden an. Auch Luna und ihr Vater stellten sich schützend vor ihre Freunde, aber nichts schien zu helfen, bis es Severus irgendwann zu bunt wurde. Was bildete sich diese Meute aus Wilden eigentlich ein? Sahen sie nicht, dass sie den Jungen mit ihrem Verhalten nur verschreckten? Als dann auch noch die ersten Blitzlichter aufleuchteten, wurde es dem Ex-Spion wirklich zu dumm.